So Leute, lang lang ist es her. Ich habe jetzt fast ein Jahr nicht mehr gespielt, aber ich wollte es nochmal durchspielen, habe ich gesagt. Weil wir aus dem Ladebischof rauskommen. Wo geht das? Nö, ne? Ne. Wollen wir sagen. Moralproblem Zorn. Aber schon, wir waren letztes Mal irgendwann hier umgezogen. Hierher. Und haben Dinge getan. Hallo. Hallo. Gut, noch mehr. Geh wieder raus. Geh wieder rein. Noch mehr. Nö, entscheiden wir nicht, ne? So. Viel Einfluss. Gibt ja noch ein Moralproblem. Was mache ich denn gegen ein Moralproblem? Komm, am 11... Am 5. Ne, am 11.5. Und das ist der 18.8. Ne, dann am 5. Am 5. Hälften. Warum schon so ein bisschen her? Ja. Chosu. Wie ist das? Besucher das? Hey, das sind Sportfans. Ja, mein Herr. Komm her. Komm mit. Komm mit. Ich bin cool mit dem. Hey, nicht schlecht. Okay, also Schaube. Let's go. Wo muss ich gehen mit ihm? Da hat irgendwas blaues, was? Da hin. Komm, dann fahren wir. Dann können wir auch fahren. Ja, wie viele Zornbieter weg sind gerade. Ja, wie viele Zornbieter weg sind gerade. Krass, wie viele hier gerade sind. Was ist denn immer so? Was ist denn immer so? Was ist denn immer so? Ja, hier wird es nach vorne, ne? Hier rein. Ja. Guck dir viel, ey. Er ist nur so die große Zornbieter loswerden, sonst hab ich da gar keinen Bock drauf. Man hat aber nach, dass das ist extrem anstrengend. Ich bin weg. und jetzt ok ja das war schwer ich habe keine Ahnung ich wollte dir wissen, dass ich verstehe deine Frustration Entschuldigung, dass ich mich ein bisschen stresst auf dem Ende des Welt Du hast nicht speziell behandelt, nur weil du bist Du bist nicht so schrecklich? Du bist nicht so schrecklich, oder ich will dich so schrecklich Schau, ich denke, was du gesagt hast, ok? Ich bin froh Ich bin froh Ich gehe jetzt alle Bekomme ichhey Ich bin froh nicht 1 ja war nicht so cool und rein hier es kann ein bisschen rücke aber also es wirkt nur so an sich rücke ich nicht glaube ich das probleme sind wir los keine ersten situation gemeinschaft eine missionskiste sechs mal ersten traditionen suche nach kann aber erfolgreich oder von kann er versorgung spüren wieder voll mit schmerz mitteln und es nix auch gut ich glaube hier mal gucken hier aber können wir gerade durch ich wollte nicht raus da fällt mir aus dem poste retten heute mal kurz mal ob ich noch hier was machen kann munitionswechstück war eigentlich wollte ich nachgucken ich kann mich noch ganz bisschen daran erinnern werzeuger wollte ich in der werkstatt gucken eine küche im garten aber ich kenne keine werkstattung munitionswechstück aber wenn wir dich hier belagern oder was ist hier los das scheint nur einer zu sein so war auch nur einer jetzt bauvorräte materialvorräte aber nämlich gar keine mehr wir sollen noch außen posten errichten ich nehme mich mal mit am besten was geht mit der wie nein mit aus voll wie kann ich die weg tun ach ok ich würde mich gerne irgendwie versorgen oder so kleiner rucksack ich würde mich gerne irgendwie versorgen können mit ein bisschen zeug um sein leben wieder aufzuhören füllen zum heilen habe ich ja nichts na egal kann ich ihn übernehmen lassen mindestens ähm wo ist denn hin okay sie übernimmt was mit nice da ziehst du eine waffe yo die hat ein katana ähm ja warum ist dir die tür auf ich habe zugemacht nein einfach nur auf der tür wenn der Tommy Apokalypse checkpot wo macht man das hab ich hier und kann da ein englisches schwert nach dem alten entwurf eine auf englischen subkontinent verteilt verbreitete schwert ok ich bin ja so viel zeug ne ich bin ganz sicher nicht überlastet wo ist der lilly oder komm marcos wo ist der lilly wo ist der lilly so ok sind schon aus dem passen boom okay ok wir brauchen noch mehr dann ne da haben sie das Junge weg. Camping auf 2, nice. Kann ich hier looten? Ja. No. Das ist weg. Ich finde 3 Ressourcen. Hier liegt was. Kannst du mal nicht einfach so rumstehen, sondern vielleicht auf mich aufpassen? Und wie kann ich das jetzt zum Dengspunkt machen? Geht das irgendwie? Wie kann man denn das zu einem... Hm. Wie war das nochmal? Ich hab das irgendwie gegenwärtig gemacht. Ich wusste das. Ich muss mal gucken, wenn ich es gleich geht, wenn wir mit Daten. Lass es mir lieber gehen. Ich bin voll. Hey, was soll das denn jetzt? Warum klettert denn der durch Stacheldraht durch? Welche ist jetzt besser? Keine Ahnung. Wie kann ich mir denn den Stacheldraht ausbauen, von der rechten, Alter? Warum hier jemand drin? Naja, naja. Was hab ich denn verpasst? Wir gehen jetzt nochmal. Hey, dude. So geht's auch. Nice. Die Arme ist so seltsam chill, ja. Dann müssen wir es hier noch mehr zurück, oder? Ah, Zweck mit ihm. Was ist denn? So lange. Wo soll denn hier noch Zeug sein? Hier hinten drin, was? Jetzt für nix. Ah, hier ist mir die Räume durchsuchen, okay. Ah. Da der Hände, ich sehe es schon an der Tür. Der wartet nur noch, dass wir rauskommen. Also wie kann ich denn jetzt das hier zum scheiß dämlichen, äh... Denkpunkt, warum haben wir hier Hilfe und Optionen? Soviel gespielt? Überleben, Heime, Parts, Erkunden, Kampf, Fahrzeuge, Missionen, Einfluss, Überleben. Nix. Warte mal. State of Decay. Äh, wie ist das jetzt nochmal? Außenposten errichten. Okay. Wartet, wartet. 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 Da wartet, da habe ich es direkt gesehen. Ah, es war mit so einer Funk-Unterstützung. Das war das. Wir gehen die nochmal. Äh. Ah. Hier. Jetzt haben wir nur Außenposten. Sie wollten einen haben, sie kriegt einen. Wir sind ein bisschen besser eingekesselt da. Teilen, wir müssen wieder zurück nach Hause. Was ist die Tür zu? Oh, Tür zu. Sie sollte nicht lernen, ne? Das war schon, Zeug. So, Munition. Da wollen wir es dann kommen. Was kommt? Kommt ihr mit? Ist ja nett, dass ich ihn jetzt mal rauslassen muss. So, wir haben ein bisschen Material holen, ne? Können wir es direkt beibringen? Klar. Wo passt es bloß mir? Sehr gut. Kriegen wir nicht mehr Besuch? Ist das doof, oder was? Kann man uns dagegen zuhauen? Ist ein Krach. Na, super. Und dann mache ich sowas, ne? Ich guck, hier ist nichts drin. Ähm. Ah. Wir kriegen Besuch, bro. Gut. Wir kriegen Besuch. Sehr gut. Weiter so. Eine Sache noch, nehmen wir wieder durch. Nice. nice aber gut ich würde jetzt nicht sagen dass ich würde das ja sehen aber mit dem schwert ist jetzt voll cool aber ja ich habe schon irgendwie total ja einmal reiht doch was kommt rein jetzt hier der wollte uns den herrlaub sein ne so jetzt haben wir ein bisschen material wieder hier perfekt zu wem da gehen wir draus beibringen Conor ne wo ist denn Conor na wo ist er denn ist er auch nicht bist du da oben bist du Conor ja jetzt tut er richtig cool auch neis ok massen geschlachtet das ist ein buggy, oder? das spiel, momentan warte mal vielleicht werden wir hier weg und dann kommt er noch auf die Karte gucken hallo Rossa äh wenn dahin kommt hier durchfahren oder was? ja hier durchfahren und dann aus der Straße statt raus bis zum Ende na gut ich sehe etwas es ist wie ein infestation das ist gut, oder? so 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 oh ein Taxi aber den Pickup finde ich immer wieder mit am geilsten so 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 nein ... Ich komme mit dem Boot, ich schaue dich weg. Jetzt versuchen wir etwas zu schießen. Wenn du einen hast, enttäuscht einen Suppressor, um es zu schlafen. Es ist nicht silent, aber es macht eine große Unterschiede. Schau deine Ammo und versuchst, wenn es sicher ist. Haben die ja nicht mehr drin? Danke, ich lerne viel. Na, die sind doch da. Lass uns das Auto holen, dann fangen wir zurück. Ich kann etwas Essen nutzen. Ah! Komm, die haben wir auch eine Pause, fahren wir zurück. Hübschen, eine Eingabe! Juschen, eine Eingabe! Du besagt. Wer ist denn da? Der ist vorher gegengeboren. Der war noch ein Backup, aber der ist nicht blau. Ich renne. Ja. Ja, 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 ja. Unauffällig bestimmt. Lautstärke mäßig. Ja bestimmt richtig unauffällig. Die Clio Beacon ist auf. Watch for a big crowd of Zombies. So. Mal sehen, dass wir die Tür auf. Was ist? See you around. So long. So.